Herzlich Willkommen Freunde, zurück zu dem Warnass, zusammen mit den üblichen Wir sind schon wieder Coolbait, leider Aber diesmal muss ich ja tatsächlich auch Aufgaben machen Zacki, Zacki Unikaki, ne? Das ist das Sprichwort Muss ich da rein? Ne Ne, ich will nicht mit Wie, wie, da muss niemand rein, oder was? Doch, Conny Ne, Föbe, ok, Föbe ist safe Sehr schön Sehr schön, so, wir gehen schon mal nach oben Das Licht ist mir relativ wurscht Denn ich will eigentlich nur die Aufgaben machen 0, 1, 4 Zacki Äh Da hab ich auch noch was Oh Okay Also, ich hab hier ne Leiche gefunden 2, 3, 9, 4 Dekonti Dekonti Wie wisst, was ich meine, ne? Dekonti Dekonti Ja Warte, wo, warte, wo, Dekonti Unten, oben oder? Unten Okay Wo ist das? Ich bin safe, weil du Ich bin safe, weil du Ich bin safe, weil du Und Alec Als ich Also, als ich da hingelaufen bin Kam ich ja von oben Vom Reaktor Und da ist mir Simon entgegengekommen Ich habe Simon auch als letztes mit Noah gesehen Also, das klingt für mich ziemlich verdächtig, weil da auch kein Ich weiß nicht, ob so ein Band ist, aber Ey, ich weiß nicht, das ist immer als erstes Also, da ist einer davor und einer da drin Und einer oben Also, einer ganz oben Ja, also, ich weiß nicht Ich will jetzt nicht hart accusen, aber Ich weiß, wer es ist Oh, das ist gut Ey, dann ist die WAP ja richtig gut Also, ich schon, aber Mit dem Wasser, ja Weil wir alle, wenn sie überall hinführen Ja, aber es gibt kein Ding, wo man nicht überall hin kann Ja, 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 ja Ja, das finde ich voll cool Alle, wenn es, alle wenn es ist mit einer Guck Gordi Ich wollte es wäre süß Gordi hat Play to Justiz Ja Er hat ja übrigens entgegengekommen an alle, die Ja, aber das heißt ja nicht Auch er wettet Ich bin länger, die hätten hier Ja Das kann für euch sein Das kann für euch sein Oh ne, da kommt Phöbe, ich bin gleich tot Ich hab' ich gescannt Muss ich mal Jürgen Moritz Oh, ja, hi Mhm Bisschen failig hier mal wieder unterwegs gewesen Muss ich lieber was machen? Ne, achso, ich muss da unten hin Oh, Alter, da bin ich doch vorhin hergelaufen Was soll das denn? Oh, dein Ernst? Ulaka? Hä? Conny ist tot Hä? Conny ist in dem Moment gestorben, als er die Leiche gefunden hat Das ist so riesig Also, also Leute Also bei mir Ey, geil Junge Bei mir gerade war Du sagst nicht Du sagst nicht Und Die hier nach oben Ist in dem Moment gestorben, als er gecallt hat Ja Die hier nach oben Es kann jetzt sein, dass Was, der ist oben? Einmal, einmal Es kann jetzt sein, dass direkt nach diesem Call jetzt direkt noch ein zweiter kommt Ich finde, Simon ist ziemlich verdächtig, weil er nicht gestorben ist Was? Achso, wo warten die gerade gerade? Ich war beim Reaktor Ich war beim Admin Markus, du warst du? Ja, ne Hast du meiner aber gesagt? Markus, ja, wo warst du? Reaktor Siva, wo warst du? Ich war gerade da oben bei euch Das wäre es natürlich, das stimmt Aber einfach zur Sicherheit, weißt du? Bei mir waren drei Leute Also mit zwei, mit mir waren zwei Leute Heißt ja, die anderen beiden müssten die beiden gekillt haben Heißt Die zwei, die ja nicht bei mir waren, dann müssten die Kinder sein Und ich weiß nicht, ob ich Aaron gesehen habe, oder ob er in der Branche geworfen hat Ja, in Irma In Irma In Irma Dann machst du das Dann war also Also den sagt er Makos Respekt, ja weil Es war gerade drei bei mir ab und jedenfalls dran Ah, Simon ist auch Respekt, weil Aaron meinte schon beim ersten Kill er könnte es sein Und jetzt nochmal Das Ding ist, wir waren gerade drei Leute in einem Double Kill Also es müssten die beiden gewesen sein Die beiden, die nicht bei uns waren, jedenfalls Die rechte Seite Die linke Seite Ja, du, die rechte Seite Ja, aber jetzt ja nicht Okay, jetzt ja nicht Okay, jetzt ja nicht Okay, jetzt ja nicht Ich bin auch angekündigt Geil ist das Ding Ach Gott, du bist so ein Moogamer, du bist so ein Moogamer Du bist so ein Moogamer Aber er hat doch erstmal Wackes 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 safe im Poster Oh, Colny, da wurdest du geschnitzelt Ja, ja, nachdem ich schon reportet habe Ich bin ja eine Fangenkartoffel Ich war schon im Sprung Ja, doch ins Rekord, dass Wackes Leben sei Ich sage, eigentlich zwei geklick Oh ja, das war Oh, wie geil ist das Mann Das war ein großes Game Aber wenn ich die Leon spiele, dann wird es auch nur gewonnen Hm Geh, da geht es a la Afra, das ist das hier Ja, ich bin jetzt weg Ja, Colny, machst du noch eine Runde mit? Das wäre meine zweite Runde gewesen Nee, das ist jetzt auch meine fünfte Runde, aber ich wollte nicht einmal Imposter, das reicht Ja, du hast immer was Ja, du hast den Baul, komm jetzt nicht rein Komm schon Nee, ist zu spät Ich bin weg Oh, wie cool ist das denn? Ja Äh, Summoners War, das kennst du nicht Dann kommen wir auch nicht starten, selbst starten, komm Starten mit zwei Impostoren bei sieben Leuten Ja, ist geil, ist geil Ja, warte doch Insane Ich warte halt Viel Spaß euch noch Tschau Dankeschön Dankeschön Wie Konstantin Lass mich rein Ich kann jetzt mal Lexi in dich reinkommen, ey Boah Das dauert immer so lange Ja, ja Ich hab richtig geraten Die Nummer, ne weniger, glaub ich Oder so eine, aber eine Wurde wir das, oder? Naja, ja Es ist doch offen, ne? Boah Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch warten, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder, ja? Ja, bis dann, ich komm mit euch rein und ciao Ciao